so denn hallo und herzlich willkommen wieder bei call of duty modern warfare 3 und Dann werden wir heute noch etwas die Sniper erweitern. Das müsste ja easy sein, 10x3 Abschüsse mit nur einem Magazin müsste auch drin sein. Die Sniper erweitern. 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 ihre drohne ist ausgeschaltet Lade ein neues Magazin Nee, dann treffe ich dich nicht Das war so schön Oh, fuck Verbündete Drohne Mist 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 Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Betäubungsgranate! Aufpassen! So kleiner Gamlau. Annetta! ... ... ... ... ... ... ... ... Okay. Freundliche Aerosolbomben bei eurer Position. Kein Wunder. Kein Wunder. Kein Wunder. Kein Wunder. jetzt verbündete drohne im einsatz feindliche drohne im einsatzgebiet es bleiben noch 30 Sekunden feindliche drohne aktiv noch 10 Sekunden jo erfolgreich abgeschlossen gute arbeit Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Mist Ja, sicher Der eine Camter, der reagiert null So werde ich nicht sterben Wechsle Magazin Einer weniger Nee, dann kriege ich ihn nicht Ich muss nachladen Nee Nee Fischteam Fischteam Ich habe Ihren Scharfschützen erledigt Nee, ich fuß das Ich hatte noch was gehört Nee Nee Mist Nee 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 Halt Nee 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 Ah, muss der Teammate sich fordern. Mist. Ich bin hinter dir. Ich habe Schlimmeres überlebt. Ich werde hier munitionen. Steht unter direktem Begriff. Nee, scheiße. Hey Nello, wie geht's? Auch ein paar Runden mitzuspielen. Ja, das ist schön. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. So werde ich nicht sterben. Wir werden schwer getroffen. Misch. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Yes. War ja klar, dass irgendwo neiner kommt. Ich bin hinter Deckung. Feind ausgeschaltet. All den Stress. Wünsche ich dir noch schönen Abend. Gute aus den Ladenabenden bei den Freunden. Das müsste ich auch mal schon mal wieder machen. Ja, ich hatte auch ganz gerne länger gezockt. Aber leider Gottes. Musste ich ja heute arbeiten. Ja, leider. Leider Gottes habe ich keinen Urlaub mehr für dieses Jahr. Mein nächster Urlaub ist erst im Februar. Was muss ich machen? Ich muss jetzt Kills machen ohne nachladen. Drei Kills ohne zu sterben. Das ist natürlich geil, wenn man sich den ganzen Urlaub fürs Ende des Jahres auf behält. Gut, ich muss immer für... Ich habe ja noch eine VG zu leiten. Dafür muss ich auch noch extra Urlaub nehmen. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die Führung übernommen. Das ist geil. Leider Gottes darf ich meinen Urlaub nie mit ins nächstes Jahr nehmen. Dementsprechend muss ich ihn immer im gleichen Jahr verbrauchen. Wir haben die Führung übernommen. Das ist richtig schlimm. Im Team-Deathmatch habe ich das Gefühl, dass die nur kämpfen teilweise. Wo ist er? Granate! Weg! Wechsel im Magazin! Biss. Tschüss! Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ahn, starke Sache. So, daneben gehen. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Vorräte. Da sind zwei Leider. Natürlich ist ein zweiter hinter ihm. Miss! Miss! Ja. Ja. Es ist schon! Ja, es ist schön. Yes. Ah, Mist. Granate, weg! Wenn man hier den Schuss verfehlt, dann ist man definitiv tot. Granate! Nee. Müssen die wirklich Schild spielen? Kann sie mehr ernst? Das ist ein Schocker noch. Ah, Kaffee, ein Schocker noch. Ah, Kaffee, ein Schocker noch. Ja, drei Abschüsse mit mir, eine. Sechsmal musst du schüssen. Einen Schocker noch. Einen Schocker noch. Einen Schocker noch. Ja. Oh, wilder. Schuss. Abschuss bestätigt. Unsere Feinde eliminieren und die Marken schnappen. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die Führung verloren. Wir haben die Führung verloren. Wurde. 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 Miss. es darf ich nicht mal die drohne abschießen ich gucke dem noch nach absolut tot verdient zweimal daneben geschossen ich höre zu viele schritte ich habe Vielen Dank, Kevin. Also... Dann hat er noch so'n Scheiß-Name, mein Hauptes War. Bist. 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 Feindliches ohne aktiv. Hmm. Hard. Einer weniger. Weg, world. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Verbündete Drohne im Einsatz. Nein, wir stehen ja nicht mit ihren Scheiß-Drohnen. Feindliche Drohne offline. Wechsel im Magazin. Feind! Der Feind liegt in Führung. Die Uhr tickt. Hm? Da hab ich Bewegung. Ne? Dann zeig dich noch mal. Hm. Lade ein neues Magazin. Feindliche Drohne aktiv. Platzier den Claymore. Magazin wechseln. das geht nicht. Lade ein neues Magazin. Feindliche Drohne. Das geht nicht. Ich bin ja in der Nähe. Oh! Was ist das? Nein, ich bin getroffen. Hinter dir. Oh, scheiß Franzose. Ah, okay, merci. Verbündete Drohne. Ah, Mann, er spustet. Da ist der kleine, süße Bepper. Moin, wie geht's? So, war es gut, danke. Ja, super. Da müssen Sie die Pisi beten. Wirst du Prestigemeister? Ich bin leider kein Fisch. Wehe helfen, bestätigt. Wir werden mehr gesorfen. Mist, wirst du fliege ich nicht. Ja, absolut tot verdient. Zweimal so scheiße daneben geschossen. Das war die MIND. Das war die MIND. ich will ein junger, wieso ist mein Name so scheiße mein Name so scheiße Geht's wieder rein und mit dem ich doppel Ich wollte nur safe sein. Ist jetzt hier gut. Ist eh niemand in meinem Zoom. Beppo, ich bin ja auf den Fersen, wa? Ja. Ich bin ja auf den Fersen mit den Leveln. Das gleiche wie gestern in der Spielersuche. Ihr müsst schon ein Spiel suchen, ne? Ja, ja. Fehlst du die gleiche Sache wie gestern drin? Ja, bitte. Entschuldigung, Jana. Okay. Tut mir leid, Jana. Ich liebe dich. Ich hab schon fast eine Waffen auf dem Markt. Ernsthaft? Ich hab gewusst, Entschuldigung. Wer ist denn mit dir? Hat kein Leben. Ich verstehe bloß nicht, wie man das Ding gleiche Fahrrad schaltet. Absurdierte 15 Abschüsse mit der Taktikausrüstung betroffen. Okay. Also Handgranaten oder so, ne? Ja. Ja. Also Jana, wenn du sehen willst, wie ein Mädchen jetzt COD spielt, dann siehst du das gleich. Aber das zählt auch diese Munitionskisten vom Gegner. Wie Munitionskisten? Aber man hört das oder gar nicht. Weißt du, wenn du Munitionskisten hinlegst, äh, wenn der Gegner also solche hinlegst, die kannst du zerstören, ja? Ja, von den Gegner zerstören meinst du? Ja. Das müsste auch zu den Ausrüstungsgegenständen gehören. Ja. Wenn du um die goldenen Tarnung zu freischalten musst du alle Tarnungen freischalten und dann musst du 10 Kinds machen, ohne zu sterben. Tääää. Ja, es geht nix ist unmöglich. Jana, du musst mir sagen, ob irgendwas zu laut ist, bitte. morgen sind wir ja noch mal zu dem doppelpreis tisch ich bin jetzt mit ich denke er nicht salva schreibt du musst an sich glauben ja an die glauben ich bin auf dem profi wenn es nicht so teuer wäre würden die leute das ist nur mein es ist auch nur mein spiel also guck guck ich hab ihn nicht mal weggelaufen ich fühle aber meine musik wir müssen euch ein bisschen gedulden ich muss jetzt noch mit der sniper damit sie auch macht das ist im modus kontrolle ich habe mich verklickt stellung wollte ich drin machen ich habe kontrolle anstelle stellen das ist gefährlich mit seiner pfeife wie mir ich lauf dem hinterher habe ich habe mich einfach in die ecke gesetzt ja gut ja also ihr seht mein aim ist achte selber wollte ich jetzt trainieren ich schrei ihn an das beste gameplay jana ich weiß süße wie viel kugel schlug der bitte hast du gesehen ich habe den fast weg es ist minimal ja gut so jana bei uns ist es immer so bei web und ich bin dass sie schon länger zusammen wer hat da die klammer hingestellt ich weiß nicht mal wie das geht wir haben verloren ja ich will ja rausgehen ich will rausgehen wir gehen schon raus ok ja mal schnell das ab bitte so jetzt ist es richtig mal kontrollieren mal kontrollieren ja das match herrsch auf aufschluss und stellung wie immer meine lieblingsbeschäftigung zu essen ach jana stell dich doch nicht so an du bist freundin game es ist ja du weißt nicht wie oft ich den controller schon in zwei brechen wollte ja alles gut denk immer daran wie teuer die controller sind ich habe noch nie ob sich ein controller kaputt ich glaube ja du flippst ja nie aus ich habe ja noch nie auslassen gesehen im sommer habe ich so fest auf den tisch gehauen dass ich hier glaube ich verstaucht hatte dillen 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 schlägt sich mit den kontrollern der gegen den kopf ja der zerschlägt die kontrolle mit seinem schädel ja das ist so ich schmeißt sie an die wand oder durch die wand ich würde es lustig finde wenn das fenster mal offen ist und er schießt den controller durchs fenster ich glaube das ist einmal passiert ich weiß es nicht mal aber er sitzt nicht beim 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 finster oha terminal ich mag die map terminal ist ich mag die map ich mag jede map wo man nicht snipern muss ja muss man snipern das Zielgebiet sichern pass auf die und snipern uns beim tröppen wuuu Zielgebiet lokalisiert ich muss jetzt vorbeilaufen ich muss jetzt vorbeilaufen Mensch Junge so aber wie gesagt süße ich habe ihn auch mal also ich ähm wo ist die Stellung ich nehme die immer und dann versuche ich die in zwei zu berechnen als wenn ich halb nur ich habe absolut null kraft betäubungsgranate gebaut hätte den bereich sicher magazin wechsel die claim ausmachen müssen aber dann werf nicht den controller jana weiss ja hier ist mir hab ihn hab ihn hab ihn sehr schön nein da war noch einer ja bestätigen nächste stellung bereit granate geboren ne ne so viele leute wieder so ein scheiß baum ich hoffe die sind skin ja ne aber jana glaub mir wenn du jede woche einen neuen controller kaufen musst ist es dir ehrlich gesagt nicht egal ich habe den stress bei mir liegen jana das ist es wichtig ich habe mich aufregen jana das ist das wichtigste mach nicht wie die männer chill dein leben durch ich machs auch so junge schwirr singen jana kurs unserem team jetzt er ist auch keine hilfe ich bin auch keine hilfe ich gucke die treppe runter jemand kommt rein er schießt aber nicht ich verstecke also immer wenn wenn sie wie vor mir läuft verstecke ich mich eigentlich eher hinter das ist so eine pfeife dieser janinko man hier müsste schon die kontrollen übernehmen ich versuche aber die pfeifen nicht so von weg dann lasst mich bei der baum da nichts machen natürlich dann kommt er oben er legt einen auf dem boden kompromittiert verbündete drone im einsatz So, die können wir auch von innen kommen. Ja, die kommen alle von rechts. Nee, das stirbt er nicht. Gut, danke. Mein Gott, voll in die. Ja, da haben wir uns gleich gut gefickt. Da liegt der Baum auf dem Boden. Ich bin in der neuen. Ich komme. Ich bin da. Nein, der hat mich. Was, ne? Ja. Aber da... Nein, der Baum! Aber Salva ist jetzt da, Blackie. Beteufelsplanate gestehe unter Beschuss. Hättest du nur fragen sollen. Dann hätte er doch schon mit dir geredet. Lege Claymore! Feinde innerhalb des Terimeter. Die Stellung wird verleckt. Verbündete Drohne online. Verlegten Stellung schon? Verlegten Stanifachen, das segurste Nerven, ich habe den baum ich bin da drin die kommen die kommen wieder drin ich bin da ich bin da ich bin links diese dreckige baum kommt eine scheiß granate verbündete drone online ich habe mich recht gesprengt ich kann mich leider nicht reportieren die kommen auch überall ausgeschaltet von rechts von rechts ich habe mich gerade voll den arsch wir sind sogar wir sind alle drei auf den hauptplätzen ja du auch ja weil ich gepennt habe in der zone man ich habe ich saß da wie ein stein ist ja auch sie nun zweck das aber ich das ist etwas was ich gerne mache macht nicht die anderen sachen aber mich dahin setzen das kann ich das ist ja auch abgerechnet mit dem kurs ich muss noch kurz vor danke bis gleich wir seien hier nie wieder warum hat er jetzt die Party verlassen? keine Ahnung Kajino warum spielt Nello nicht mit? Nello ist bei einem Kumpel, hat er mir geschrieben er war vorhin in meinem Chat Jana hat sich Fortnite runtergeladen Jana wir werden Fortnite spielen aber sowas von Hardcore wir brauchen sie zehnmal drei Abschüsse mit nur einem Magazin so ein Netzwerkfehler ist aufgetreten ja wird rausgeflogen Bibi Bibi Jana hat sich gestern Fortnite runtergeladen Jana wir werden das spielen Champagner für alle warum verarschst du mich so? Champagner für alle sie hat sich ja Fortnite runtergeladen warum verarschst du mich so? oder runtergeladen oder runtergeholt ja wenn wir starten ja es ist so eklig warte 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 ich muss mal kurz was ich mag dich jetzt nicht mehr ach ich doch heilig war Jana sagt mir wann und wo und ich werde da sein 31. Februar ich mach noch was kurz ne also wie gesagt ich bin gerade dabei alle warten auf Max zu bekommen also wir kennen schon starten wir warten aber noch auf Kim und danach gehts weiter ja ich fange bei Call of Duty ist bei mir immer der gleiche Weg ich fange meistens immer mit den Snipern an und dann gehts an die Pumpen LMGs SMGs und dann die Sturm ja die Pumpen glaub nicht meins ja ich mach ähm obwohl ich es ist so zwiegespalt ich mag Sniper aber ich mag Snipern auch nicht dafür mach ich es als erstes und danach Pumpen die mag ich auch nicht mach ich was zweites das kann aber nicht jeder weißt du was ich mein ja also die erste Sniper bin ich schon so gut wie fertig da bin ich jetzt 21 ich hab da auch die dritte Taunung fertig gleich da muss ich sie auf 27 hochkriege für die letzte Taunung dann hab ich sie gold ich check das aber auch nicht aber ich bin jetzt schon max level mit der Waffe ja mit der Sniper ja da steht der Reiche auf 15 äh 15 1 Schuss Abschüsse ja das ist direkter Kill ja aber hab ich ja gemacht meine Waffe ist ja full zählt nicht ähm kriegst du dann auch die Medaille ähm wie welche Medaille es gibt ja die Medaille wenn du einen Gegner mit einem Schuss tötest bei mir ist ein Schloss davor ja dann hast du noch nicht äh das äh welche äh welche Waffe machst du gerade welche Sniper äh ich hab die Cut die Cut die Cut die Cut die ist bei mir noch full level hast du die auf 27 ja locker ja weil dann dürftest du kein Schluss mehr da haben ja bei mir ist ein Schloss ich kann sie zeigen schon warte ich geh mal in den äh hier schon ich mach ich bin echt ein Ding passiert jetzt hier was? ich will spielen Moment du hast äh du hast da einen Schloss noch ein technisches Problem hast du jetzt schon wieder ja du hast ja du hast äh du hast da noch einen Schloss das dürfte ja aber nicht sein ja warum Salvin hat immer Probleme immer Mathematik immer morgen früh jana morgen früh bin ich nicht wach aber schloss du mal nein Schluss ist nochmal dass du das noch da hast weil ich hab äh ich mach ja gerade die dritte Tarnung und da hab ich auch noch das Schluss aber bei mir zählen schon die ähm die sieben von zehn bin ich jetzt ich bin grad dabei die hier voll zu machen aber sonst hab ich fast alle ja ich schloss mal die suche und gewerde wohl 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 mal eine andere Musik auf geht's jana kommt auch im discord bei mir ja jana komm du gehst sowieso noch nicht schlafen also du bist zu jung dafür und komm jetzt bitte komm ich bin ich muss dir nachher noch was erzählen der okay auf stream jana komm jetzt rein bitte ich sehe die kämter sitzen mit dem mit dem wie sie haben das ist kein Pijama das ist ein Snoozy kann ich auch schreiben oder was geschichten oh ne ich kann dir gerne sein das immer geben ich kann sie mal streiten das ist Pum Duchs Pum Duchs Pum D von hier kommt Tom im Abschluss bestätigt wir feinde eliminieren und die Machen schnappen Guillaume hat seine Verbindung von hier okay 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 guck in das an du kleine ich mag Salva aber seine Nummer das ist zu viel würdest du auch von mir nicht kriegen die musst du schon von ihm selbst kriegen ja wir haben wir haben glaube ich ein Problem wieso hier ist glaube ich ein brutaler Spieler der lässt mich nicht in Ruhe wie dich und glaube ein wenige von wem redest du Bibi ja hier ist ein Spieler der ist Ultra ja babe den Namen jetzt er ist nicht wir haben hier die 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 ich habe nicht einen kill man ich habe eine die könne aber auch meinen dass du eine maschine wirst du ein hacker bist du ich sag's nur mechanik da ist nicht normal denn nur der tötet mich ja na kommst du bitte in discord damit ich deine wunderschöne stimme hören kann dass mein tag heute besser wird ich kann nicht mal geht ich werde sofort abgeknallt ich kann dich noch gebraucht ja na komm jetzt ran an den meter bitte wechsel magazin ich hab deinen arsch geleitet aber mal anders nimmst euch die drohne ich sammle einen für die marken hast du das gesehen ja die hat uns wirklich auf mich abgesehen die wichser ich glaube sie gucken wer gut ist und dann fixieren sie sich auf den wir sind jung wir machen die nacht durch und pennen den tag wir gehen halt nicht saufen so werde ich nicht sterben das ist unser sagt er da hat es auf mich abgesehen der kleine antrieg das war fetter zufall dass ich ihn getroffen habe da darf mein alien nicht kaputt machen unter dem schuss so richtiger nicht recht er wurde eingesetzt das war das war die lobby sind auch einfach zu starten das sind halt pannasen das sind halt pannasen das ist der mechanik ok der mutter ist brutal der rote ja der übertrieben rot der gute kerl man der mutter das ist eine kleine die 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 ja leider zu schnell ich habe von anfang an nie in lobbies gespielt die meine gruppe waren ich habe immer nur in den saustark nur wissen auch wenn kevin ich wünsch dir einen lützsüßel du weißt ja wie es geht das war dumm das ist eine mekanik aber du hast das doppelte von seinen kills sogar wenn es ein cheater ist noch 30 sekunden ja sicher keine Ich versteh dich da mit ne kleinen Hüten. Mechalik, der Beschützte einen. Mission erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit. Guck dir an, ich hab neun Kills. Das Problem war bei mir, ich hatte keine Waffe, die gebürstert hat. Ich hatte ne 3 Schusswaffe. Bibi, freu dich doch jetzt einfach verdammte Scheiße. Guck wie viel, wie viel. Ich hab 14 Marken. Guck dir das an. Du bist die Böste. Ja, Wanda Wanka hat einfach mal 49 Kills gemacht. Ja, aber der war ne Maschine. Ich hab den ein paar Mal zuguckt. Er hat ja Ding, Mann, die ATL gehabt. Ich spiel mit der Farmers. Mit Schalldämpfern, weißt du selber. Ja. Doppelte Munition. Warum? Danke, Jana. Ich finde das lieb, das wenigste seiner McLean. Ha 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 Aaaaaah Noch einmal 3 Dann habe ich Titano Dann muss ich auf Ebene 20 level Das geht Ihr habt eigentlich gewusst, es gibt zwei UMPs Zeus Strikers Krass, jetzt kann ich nicht mehr schlafen Hast du mich jetzt erschrocken Wir werden mir fast die Zigarette verschluckt werden Ich habe es gesehen Aber Bibi, ich bin noch da Ich rede doch die ganze Zeit Ich habe ja vorhin gesperrt noch und ich dann gehört auf WhatsApp Das hat einfach Piloten gestellt Zeit ein paar Noobs ob zu schießen Jana, ich habe einen echt bösen Remake von diesem Lied Die Mission ist simpel Die Mission ist simpel, alle töten Werfe Betäubungsgranate Werfe Betäubungsgranate Adel, Feinde, mit auf Schiffen und geriert Vorstand Ja, da wie viele Leute Achtung Manchmal sind die Remakes aufgelöst Ja, natürlich kommen die dann von hinten Ja, natürlich kommen die dann von hinten Ja, natürlich kommen die dann von hinten Du bist Maschine mit Snipers Was geht denn ab? Ja, ja Hast du irgendwas verpasst? Ich habe die Führung übernommen Ich habe die Führung übernommen Perfektion Oh! Du, das habe ich auch Mit 3 fachen K Mit Granate Betwo, du hast mir echt den Arsch gerettet Gerne Ich habe nur den Schuss gesehen Wechsel im Magazin Der Beppo weiß die ganzen Spons, hm? Der Beppo Und das ist ja auch von der Beta gewesen Die hier Brutal, wie da jetzt Schade, dass ich das nicht Bei mir klippen konnte Ich habe immer einen Stream Oh, mein Fenster Ab ihn Nein, da war noch einer Oh, ich bin richtig schlecht auf die Sache Lege Claymore Hey, fein Ja, die gehen ja alle Richtung C Ich gebe dir Deckung In die BBC Wo zum Teufel ist C? Äh, Ding, in der Scheune Guck ihn dir an, Alter Und einer immer wieder von hinten Wow Super Gameplay Ich stehe unter Beschuss Mist Alles gut Da habe ich absolute fame Ja, komm Alles gut, Jana Dann sehen wir uns nächstes Jahr Ja Da ist ein Und was sch- Aha Aufschluss Und dem Scherz, der wird schrattig Was? Wo? jetzt habe ich keinen bock mehr schmeißen wir uns von den zug ich habe mir schon städtisch Pass auf, wo du hinschießt, oder? Meine nächste Kugel kriegt deinen Kopf. Ich hab Schlimmeres überlegt. Du warst auf Granate? Ja. Ja. Wir haben mehr Glück als Verstand, die Leute. Schau's ja an, einem vierfachen Kill, man, Alter, so macht's Spaß. Passiert mich. Der Fein verlässt die Kontrolle. Rächter wurde eingesetzt. Brauche Aufklärung in der Luft. Sicher verstanden. Drohne im Einsatz. Falsch übernimmt. Die sind alle hinter dir. Ja. Wechsel im Magazin. Ah! Da kam noch einer. Scheiße. Das war der letzte Kill, man. Ich hab mir einen Scheiß gelacht. Scheiße. Das war aber nicht du, geil. Nee. Das ist ja der letzte Bauer. Ja, das ist der letzte Bauer. Das war der letzte Bauer. Ach, alter, x. Freud. Ach, Jana. Ich find das so süß. Du freust dich mehr darüber als ich. aber dann kann ich kann ich kann nicht mal dieser dingmann freischalten diese herausforderungen weil ich nicht mal mit level aufsteigen können nicht vorgeschaltet jetzt nur noch stufe 27 die uhr und schon jetzt wenn du mit männern spielt ist es eine andere sache ich habe doch gar nichts gesagt manche auf gar nichts dann bitte jana jana feiert nicht und du machst es nicht das ist traurig natürlich richtig weil ich jeden tag ich hab dich als frau man das nicht das aus es kommen wieder leute mit ihren nasen hier die großen riecher ja die in sich meine sachen einmischen wo ist er denn eigentlich oder du weißt sofort wenn ich meine oder was natürlich ich habe den durchblick jetzt jetzt die off stream aber darf ich dir was sagen das wird gewaltig knallen in den nächsten tagen okay ich habe keinen bock mehr habt ihr gesehen man ich habe erst so schmack die sniper hier die erste snupe ist geil sie ist zwar etwas langsam aber es ist ja du brauchst gericht und aufzeiten dafür ja dann ist ich schon etwas schneller ich war noch nie auf dieser netz doch gestern waren wir hier nicht mit mir ne ich mit dir mit nelo ich bin sie richtig nur weg mal mit granadenwerfer ja das war's für dich mosquito das ist ja übelst dreck kind gefallen schon diese gegner ja nicht das sind schimmler und kaum nicht wundern ja ich soll ich so ein hübscher reden ich glaube ich muss auf das klingt ja ja schon wieder im b1 ich bin doch du bist auch ein keks willst du mitspielen Falls du Lust hast, du kannst gerne mitspielen. Ja, Salva meinte, ich werde eine Prinzessin und ich soll auch Prinzessin in Sprache nutzen. Deswegen darf ich nicht mehr so fliegen. Wir sind in Salvas Discord. Ob Phil mitspielen kann. Warum sollen wir nicht mitspielen dürfen? Ich frag dich ja nur, wann ist ein Discord? Als ob! Bei A ist ein Lappen. Du siehst nur seinen Kopf. Ich geh mal bei A. Wir müssen noch eine Sohne haben. Dann kommen sie dazu, lieber Phil. Phil! Phil! Also muss sie das sprachliche Niveau einer Adeligen haben. Ja! Das sprachliche Niveau einer Adeligen haben. Ja! Das sprachliche Niveau einer Adeligen haben. Haha, gut Phil! Muss nachladen! Haha, gut Phil! Hallo! Guten Abend! Hallo! Hallo! Ich höre ich euch jetzt doppelt. Hallo! Ja, wir, wir schlitzeln in der A. Oder? 1-4 raus. Oh, DMP, lass mal DMP bitte. Ich habe jetzt Speed bekommen. Bitte aber, wir haben hier alles was du machst. ich lebe Junge, übertreib! Ist das jetzt besser? Der hat dich voll übersteuert. Nein. Ja, aber was ist das denn? Ziele überprüfen! Wir kontrollieren Alpha! Ah, dann könnte ich schnappen. Ungeleckt! Nee, euch verdopp! Ja, aber ist komisch. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Zielobjekt Charlie wird gesichert. Gut. Gut, gut. Und direkt auf B fällt B aus, sucht sie gut viel. B? Okay. Wir verlieren Alpha! Waaaah! Die Gegner sind eigentlich voll schlecht. Ja. Nein, wir! Als ob du! Werde hier kommen mit einem vom Bäumfass. Werfe eine Betäubungspanate! Der schießt nur Granaten zu hoch! Los John, du packst das! Nein! Der Feind setzt eine Moskito ein! Egal was du machst, von vorne, von hinten, nur mit Granaten. Wir nehmen Bravo ein! Ich bin so verloren! Ich hab... Ich hab... Und da läuft sogar mit einer RPG umher, dieser blöde... ...und da ist... Halt's ob! Stirb nicht. Ich werd sie so anschreien jetzt. Scheiß auf Prinzessin! Duhh! Du Wichser mit deinem Glied! Launcher Das für Filion B Ich komme bei A Das hat dein Paket nicht Das ist mir schlecht Wir müssen den runter haben Ich lege mein C Ich habe A genommen Wir müssen den linken Ziele 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 Ich bin bei C Ich bin bei C Ich bin bei C Ich hab's fertig gemacht Ja Danke Ich bin bei C aber er versteckt sich hinter dem weißen lastwagen stehe unter direktem beschoss mit seinem nein äh feindliche Moskito online Scheiße! Sie haben mich! Mission gescheitert! Zurück zum Basis! Ja, wenn wir das ganze in den Mube-Tuben einmal ging mir echt auf den Piss Ja, der eine mit seinem scheiß Launcher Als hat er nichts anderes Phil eingebaut? Hm? Phil wollte mitspielen, ne? Jaja, ich geh aus der Dings raus So Er hat Phil Dann nimm ihn rein Ich krieg den Schloss einfach nicht weg, warum auch immer Ich bin auf einem Waffen schon auf Max Ich krieg das nicht weg Ich hab die ganze Zeit mit der Sniper auch noch gespielt Der ist ja grad ein Ding Ich kann ihn nicht einladen, ich kann ihn nicht einladen Der ist auf Zombie Achso Oder mach ne Runde bei dir Okay Mal gucken Vielleicht gibt es einen logischen Grund Ich bin auch gleich 27 mit der Waffe Ist das bei dir auch so? Ähm, ich bin auch nicht 27 Sonst seh ich es ja, ob es bei mir gleich ist wie bei dir Ah, ist ja nicht da Ich weiß wo Ich weiß wo Aber wer ist dann? I-äh I-X-Wesco da Ist er da oder? Ne, du siehst von der Gruppe schon Ne, ne, der ist doch bei uns Ah, okay Begezählt Mein, oh, du willst doch keine Ahnung Doch, der ist bei uns begezählt Ist das? Ich check's echt nicht, wie verschiedene Leute So ins Mikro darf wadern können Dass du dir vorkommst wie auf dem Todesstern, weißt du? Wie soll ich Mikro beiatschen? Wie soll ich Mikro beiatschen? Ich mach's mal Invasion bitte, nicht Pavela Wenigstens was Neues Invasion Stimmt, ich weiß nicht, soll ich's nur eifern oder? Ist mein Bruder eigentlich Ist mein Bruder eigentlich Stimmt, ich muss da auch die Missionen brauchen Die muss ich auch noch Ist Jana eingeschlafen? Was pannt die denn schon? Jana, Jana Jana, es ist elf Uhr An einem Sa... Was sind wir heute? Freitag oder Samstag? Samstag Samstag Es ist mal noch nicht elf Es ist zehn vor Da ist sie Werde jetzt... Ja, sie hat gerade geschrieben, sie geht nicht schlafen Neee Ich hab noch zwei, drei Runden Und dann hab ich die Waffe auf Neee Dann hab ich eigentlich alle Waffen auf Dann schlaf gut, Süße Morgen Fortniter Och, die Map hattet wir doch gestern Ich hab mich aufgeregt bei dieser Map, stimmt Ich hab mich aufgeregt bei dieser Map, stimmt Ich wurde durchs Fenster erschossen Ich hab ihren Spawn gefunden Meine Fresse Äh Unmensch Bin drin Schön für dich Danke Süßer Küsschen auf Nüsschen Ich bin zu dumm um dich Die spielen mit auch RPG Und die haben Schilde Ich hasse Leute mit den Schildern Ja, Bibi mach's ja Weg Dann können sie dich von hinten nicht treffen Ich dachte, du magst das von hinten Neee Ich weiß nicht Ich bin gar nicht konzentriert, Alter Ein bisschen Stehe unter Beschuss Kommt der Mitmesser Ja Let's do it Seine La... Verbündete Drohne online Verbündete Drohne im Einsatz Und Und ... ... Ich bin hier nicht schrüber ... ... Die kann man auch in den Reisen, ne? Die kann man auch in den Reisen, ne? Die Stellung wird mal legt Die kann man so viele Granaten schießen ich habe sie einfach von hinten verprügelt so werde ich nicht sterben kein bisschen konzentriert ein bisschen ich freue mich einfach nur los Achtung! Der hat mich verprügelt. Da kommt noch einer. Stellung kompromittiert. Den Bereich feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Mann, Junge. Auf dein Leben. Mein Psi. Der Liga ist los. Der Liga ist los. Der Liga ist los. Die Stellung wird verlegt. Bereich Hals. Feinde innerhalb des Terimeters. Feindliche Drohne aktiv. Ich bin klein bisschen konzentriert. Kein bisschen. Die Stellung kompromittiert. Den Bereich sichern. Die Spiel aktualisiert. Verstellung begeben. Die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte. Die Schwerpunkte. Ah, da stirbt er nicht! Er ist aber sowas von Glück Was? Wer? Was? Ich hab da 5er Abschussreihe! Ja, nice! Röner! Weg! Weg zum Magazin! Nee, da kommt er direkt hinten Ich hab keine Muni mehr, was mach ich jetzt? Ne, Waffe aufheber Danke, Böckchen! Boah, ich darf zum Krieg raus! Meine nächste Kugel trifft deinen Kopf Betäubungsgranate! Hey! Mann ist ja auch 10 Stunden vor der Betäubungsgranate Toll Und noch 3 Jahre, Männer Im Wheel als Geblinde Weggepustet! Natürlich spontan hinter mir Bestätige nächste Stellung! Bereithalten! Verbündete Drohne online! Wann ich mach grad das Gameplay meines Lebens und jetzt guckt niemand mir zu! So ein Schmutz! Stellung wurde verlegt! Zielgebiet sicher! Aufheber! Platzierde Claymore! Find there! Verwundete Fernlänkeschüsse im Einsatz! Verde hier beschossen! Mein Kielbübing. Halt das. Wuh! genau deswegen genau so trotzdem meine sie werden mich nicht noch mal überraschen denn was geht denn da immer ich habe die übel so abgefuckt mit meiner pistole 15 kills für die käme ist viel aber es ist an der einen stelle so übertrieben brutal gekämpft haben wir hatten keine chance das war meine ecke ich brauche eine pause wir können ruhig weiterspielen kommt ja ich bin jetzt in fahrt spiel spielst du mit ja ja okay wir kriegen wir viel dazu warte 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 nee die lobby war von mir ich bin der lobe hat weder dich noch mich und panda ist nicht in der lobby drin ach das ist natürlich schwierig dann muss er mich erden bb bb wo ist dahin warte ich hab doch mein call of duty dingens drin oder da guck er ist wie savasco ich hab keinen plan ich weiß nicht wer das ist er hat mir eine freundschaft und frage ich jetzt mir auch wer ist das ich weiß jetzt nicht hat er vorhin mit uns gespielt ja ich bin will ja aber so ein random weißer meinst du richtig oder bist du das du hast es ne einfach so random wenn leute einfach euch nachsteunen ne ich hab dich angenommen weil ich nett bin aber du bist trotzdem kompletter random ach man ich bin jetzt die freundschaft und frage hin mir ist so war man macht die kalte gedanken ich kann das nicht ausziehen man auf geht's was hab ich denn noch hier zum fressen oh ne paket matlinette bestellbare dinge ist da bei Luke Slivery wir sind am frankreich ja keine Frage einfach so bisschen hier in meinem doof gibt es nix doch wir haben ein pizzaautomaten bekommen das ist geil haben wir auch hier in der gegend guten baguetteautomaten den gibt es schon länger hier ja madelinette mit kusinen ich bin aber wann gehen wir essen morgen gute frau morgen morgen habe ich meeting jetzt gehe ich sonntags essen man für wen hältst du mich für eine omi morgen habe ich sowieso meeting und und nächste nächste samstag gehe ich kumpel helfen umzuziehen und abends bin ich in belgien auf einem geburtstag weil ich habe urlaub ab nicht die woche die jetzt kommt aber die woche danach die woche vom 22 ist ja kevin hat geburtstag sollen wir dann was machen ja ohne dass er mich hört halber kommt auch vorbei schön wärs hm der junge kann mich nicht leiden innerhalb von drei Tagen wie du ich bezahle dir das flugticket schatz ich meine es gibt trotzdem nicht dass der kevin anscheinend den cyber nicht mag weil du weil ich zu laut nicknacks gegessen habe schatz schatz erklärt das bitte mal bitte erklärt das bitte mal weiß ich war mit ihrem punkt ja hier ist ganz gemütlich nicknacks und wir waren in einem anderen zimmer wir waren im wohnzimmer und er war im schlafzimmer ja und ich habe cyber nicknacks gegeben plötzlich steht auf so was ist denn das geräusch so was denn geräusch redest du ich hör nicht und ich auch nicht so ein knacken so hä was meinst du ich putter weiter und da meint ja genau dieses geräusch so von den nicknacks und so ja ich soll nicht dein fucking ernst weil wir hatten so laut den nicknacks gegessen das kevin das in einem anderen raum durch die zu ne tür gehört hat ganz starke sache ist das so ne dünne wände oder nein ich weiß auch nicht wild einfach nur wild das war aber schon lustig das war aber schon lustig denn er hat er sich nicht mehr getraut nicknacks zu essen er schlägt mir ein das war eigentlich mal normal er hat er ein gutes gehör ne normalerweise normalerweise wenn er schläft schläft er wie ein stein da kannst du daneben weinen da kriegt das nicht mit ich kenn das ja oder will dich nie weinen hören was denkst du eigentlich noch jetzt nicht das ist ganz nach dem beispiel heul leise schotter aber echt und dann hört der höll der nicknacks essen Zielgebiet aktualisiert zur stellung begeben salva hat auch die tendenz die nicknacks mit offenem mund zu knacken du machst immer du machst immer so so du nimmst den mund machst du es ist nun mal so also da sitzt jemand im cockpit ja solange wir den nicht weg machen versuch ihn zu erwischen ja auf jeden fall hat er nicht mehr so liebenswürdig ist das ist ein autistischer fehler ja okay dann erklärst du bitte damit ich es verstehe wie soll ich gucken so so laufen genau so laufen du lappen ja genau der punkt muss immer in der mitte des bildschirms schauen so dass alle der oberkörper quasi oder der kopf auf augenhöhe ist der kürzesten weg zum zielen ich versuche gar nicht so einfach ihr spielt das auch viel länger als ich muss jetzt öfters spielen da ist die könig damit davon da ich bin ich ich bin ich Königin so mal Chipman da Schlecht Eier. Ich hab Angst. Betäubungsgranate geworfen! Ich hab schon unter dem Monster. Unter deinem Bett oder so. Ah! Das an mich! Ah! Es haben schon mehrere Leute mir gesagt, ich muss hochgucken. Die Stellung wird verliebt. Bereit halten! Ich bin halt das perfekte Ziel. Da kommt ne Blendkanate! Achtung! Achtung! Kann ich nicht sagen, die Beta war definitiv viel viel. Ich stehe unter direktem Beschuss! Ich stehe unter direktem Beschuss! Da kommt eine Betäubungsgranate! Ich muss höher halten. Achtung! 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 bleib legen bleib legen wir suchen uns erstellen da bin ich auch gesuchten und gestörte das magasin pass auf auf ihn du schießt ich bin noch nicht 27 ich müsste jetzt nach diesen match 27 ist in dieser zone da drin mann lebt es in der zone hat schon angefangen sie einzurichten ich habe ich dachte wenn ich dann ein paar blümchen hinstellen dann sieht es ein bisschen ich meine wird sich ja auch wohlfühlen oder nicht genau komm ich nehme es mit humor stell dir mal vor ich wäre so eine person die hier ständig so wie rummeckern würde ich habe ja jungen bestemann vorwählen erläutung für den martin mir ist habe ich noch nicht level 27 ganz knapp du brauchst du noch nicht mehr fehlt bist schon 26 jaja hast du keine besten playlisten die sind so alt weil ich schicke doch einfach irgendwie so spotify playlist von jaja ich habe ich habe ich bin ja an seinem spotify unterwegs ach so ich würde ich nehme nur seine liste ach man die ist hier schon vollgelevelt die ist sniper ich schalte nun eigentlich die angriffe welche ich habe jetzt diese kv oder wie die heißt diese 30 also die zwei waffen von der beta habe ich definitiv auf die andere die musst du musst die tagesherausforderungen machen was sind die tagesherausforderungen die da so tagtäglich da ja genau die musst du machen also du rückst danach wenn du das spiel anfängst rückst du dann y also bei uns ist das 2 und danach die wache nein nein dann gehst du auch machen natürlich lauf ich 2 ich habe auch noch nicht alle kannst du es jetzt glaube ich auch nicht mehr machen weil du bist auch marktslevel das system einfach nicht das ist voller rotz eigentlich wollte eigentlich präzise drücken gar nicht gesagt gegen gar nicht ja gut ich denke mal dass die ja ja genau ich bin getroffen er hat mich wenn ich reden muss wie eine prinzessin musst du auch reden wie ein prinz kommen die jetzt auf einmal die abmann die und ich wundere mich an die gegner ich bin in den ort ich glaube das sind und der wunde betäubungsgranate so werde ich nicht sterben da ich nur die putters kamen kommen alle die zählen aber auch ja kommen und wieso stirbt er nicht ja meine drohne die gang immer um ein kämen ich habe ich hab dich gesehen ja du hast mich du ekliger mann ich habe mich ich gebe dir Rettentdeckung und der ist weg nein nein komm die Hälfte der Missionszeit ist vorbei haltet die Führung verbündeter Überwachung zählen im Anflug komm steh mal auf du kleiner hässiger Lelik ich habe mehr Glück als verstanden ich werde immer meinen Kick gekillt machen Mission zur Hälfte abgeschossen wachsam bleiben geht lade nach lade nach lade nach lade nach ihan die er die noch einige sehen im Einsatz immer um einen Kill, immer um einen Kill, immer um einen Magazinwechsel das kann's doch nicht wahr sein ich bin vor der Leute gefahren ich hab echt ein Talent mich auf die Beine zu bringen ich bin hinter dir ich bin getroffen oh fuck ich fang auf die Hand Mann Digga das Timing ja die Camp da oben ähm bei der Säule ja ich hab den nicht erwischt freundliche Aerosolbomben nähern sich Achtung natürlich wo ist das Gebet verbündete Drohne im Einsatzgebiet verbündete Drohne im Einsatz seine Sonne Isaac so werde ich nicht sterben nein 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 wir sind in Lager, Vorsicht natürlich sieht er mich ich sag's doch noch Vorsicht und ich werd gefakt und das nicht mal von mir die Gegner sind schlecht die spielen halt recht stark defensiv das nervt halt so ein bisschen ja ich glaub das im Kopf das kannst du mir nicht erzählen mit einer anderen KI allein wenn ich schon die Namen so lese mit den ganzen Hashtags ja war jetzt ausgeschaltet die letzte Minute verbündeter Überwachung sehen im Einsatzgebiet ja dafür hab ich mein Kill nicht bekommen das hat übelst gerugelt wie geh denn? innen wie geht das? 30 Sekunden 30 Sekunden verbündeter Drohne online ohhohoho du war eklisch gebe dir Deckung ja Papo hm deine Dille schwarz macht ja gern äh ich höre nicht gewöhnt ah ähm nee es ist kaum an den Discord Dille ähm Bibi ja Mission erfolgreich abgeschlossen gute Arbeit nein geh in das Wartezimmer ich hab's ja ihn geschult alter ich bin kannst du ihn runterziehen Schatz? ja mach ich danke adio Löwchen nian ja johann ah also salva phil das ist dylan dylan salva phil halli 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 jo maret ich bin krank warte ich schau mal kurz nach ob ich alles Ding hab ja glaub in dieser Räder wer verreckt denn hier warte ich wahnsinn wo sind die anderen stören verlassen es nicht ja nee keine sorgen bist du am streamen mhm mhm nicht mit der nicht krank ja motor krankenschein scheiß drauf geil wahrscheinlich damit geil wahrscheinlich raus hast du deine chocobons bekommen yes und ich schmeckt nix weil ich einfach krank bin hast du corona ne ne glaube nicht kann ich starten oder soll man noch warten oh no starten ok guck guck baby jetzt ist der moment ich fühl's guck guck was für ein moment welchen moment du hast gesagt ich soll die musik fühlen jetzt tanze ich in meinem stream und jetzt ignorierst du mich man hört die musik gar nicht aber ich höre sie das reicht mir natürlich hört man die musik wie wie die ist voll laut an ok komm ich höre keine musik ach man ihr könnt nicht alle machen ach man ihr könnt nicht alle machen ach man ihr könnt nicht alle mi 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 ich weiß nicht ich weiß nicht Snipern oder nicht Snipern ja immer Snipern ja ich kann die Waffen nicht auf Gold machen Alter warum auch immer das heißt ein Schloch davor reiche 15 Abschüsse also ein Schuss Abschüsse wir haben ja schon meine nächsten Snipern ich versteh das nicht warum ich das nicht bekomm so jetzt teste ich das mal ob es bei mir auch so rumpackt wie bei dir ja aber ich glaube hier wird es schwierig bei dem map kann man Sniper ja aber du kannst damit aber nicht du kannst du du musst nicht nur ins einste Gebäude stellen ey snipen kannst du die Vision ist simpel alle eliminieren die wir haben uns die Führung gesichert einer Snipe schon ist er ne ach du kleiner Leleck von oben ach leg dich doch hin du keks dann schon wieder ich hab noch kein gegner gesehen über der andere seite von der matthus du hast ja natürlich könnte ich habe schlimmeres spiel mit der börse ich habe fehlgefunden der eine der denselben skin hat die stahl war das ist ich bin der hurensohn ich habe jetzt nicht selber beleidigt nein der springt so vor dir und ich snipe ihn einfach weg der baum ich mochte mal gut jetzt nicht mehr sie werden mich nicht noch mal die stelle die stelle die stelle ich krieg nur assist ach du nutter das ist sehr gut betäubungsgranaten hat der wichser ich mache komischerweise da läuft was schief hundertprozentig das war nicht ihr an diesen ekelhaften keks voll der anti keks weggepustet ich hab den nicht gesehen im flug meine katze du scheiß baum das gibt es doch nicht leider ehrlich du hast doch mehr das hast du vorhin gesehen wer davor lasst ihn fehlen mal gucken ob die keks getötet habe nicht wo ist dein scheiß problem spotify nein spotify macht es nicht ich fühle mich so ich überleg mal aber welche macht es nicht sind Kampfgebäude gut keine ahnung ich weiß dass die takv in m2 gut war ich habe keinen bock zu snipern nein ich habe keinen bock zu snipern ich kann nicht das ist dann lernst du es einfach ja aber ich kann es nicht wie fahrrad fahren wie fahrrad fahren dann habe ich angst echt offen und ehrlich der bin 43 ich alles gut weg da standest du schön in der ecke ja wollte nachladen warte ich jetzt nicht nachladen nein nicht in der ecke du musst das so richtig wie ich so anfängermäßig in der mitte machen und dann abgeknallt werden und dann abgeknallt werden Perfektion ich mag dich ich bin so klein und so unter das Level ich bin so klein und so unter das Level Achtung natürlich gibt er mir einen Hattie meine Markung so jetzt jetzt genau da wo ich jetzt glaube man ein Ding gepackt hat man ich komme hier nicht mehr weg weil das neigt jemand ich treffe doch die Antis ich treffe doch die Antis alles so alles so nee magazinwechsel feindliche Drohne aktiv was ist das Problem von meines ja come on mir stich gefälscht nicht in die Schüsse ein oh nein wir haben die Führung übernommen wir haben die Führung übernommen wir haben uns die Führung gesichert wir haben uns die Führung gesichert wir haben uns die Führung gesichert das macht doch kein Fun so zu spielen ich mag die Mäppen nicht die Mäppen am Siegel ist cool macht schon Spaß sie werden mich nicht noch mal überraschen sie werden mich nicht noch mal überraschen son ach ach diese feind ausgeschaltet ne dann springt der ja vor der Aufklärungsüberflug an vor der Aufklärungsüberflug an verstanden Drohne kreist über Einsatzgebiet Aufklärung online du kleiner Lelik alter ich hab gar keine Chance ah das sind Noobs die kann ich spielen Achtung wir fallen zurück Bewegung rücker vor ey ahhh ahhh grad beim abdrücken trifft er mich und ich verziehe ich alle verstecken hieß dich hier ich bin hinterher werfe Betäubungsgranate ich bin hinterher werfe Betäubungsgranate und der beschuss nee dann wieso findet die mich immer jetzt schwarz aus da müssen sie denn grad nicht von da müssen sie denn grad nicht von weil der Bebo schwarz ist da nimmt euch die Drohne wir haben das halbe Feld verloren schlag zurück keiner land hier alter ja ja nein klar na nein Entschuldigung! Das war mir so klar, dass sie den zerstört haben. Ihr hessigen Lelex! Oh, natürlich! Ich wünsche euch jetzt kein Gegner mehr. Oh, Bruder, Mann. Ey, die haben mir meine Abschusshäte kaputt gemacht. Ihr seid so welche Wichser. Ja, Bibi, schön schrägen. Ich hatte eine 15-Abschuss-Serie. Bibi, schön schrägen. Wer kommt backen-eis, du Kleiner. Die sollen sich alle eigentlich fühlt sich ein Eis backen jetzt, Mann. Die gehen mir echt auf die Füße. Das hieß nicht lernen. Verwündete Zahnlenkgeschütze im Einsatz. Mann, das sind ein Obstel-Trupp, meinst du es hier? Magazinwechsel! Ich muss dir mal an, Alter, Mann. Wir haben das ganze Spiel noch mal an, Mann. Warte! Ja, natürlich, jeden trifft mich. Deine Elende. Ah, deine Elende. Ohne Online. Noch eine Minute. Ja! Ich gesät mich, ich hab' 20 Stundenkilometer. Sniped in, ihr wart' ganz, Mann. Ja. Überlängst. Ey, die kommen jetzt von hinten. Da liegt einer auf dem Boden. Warum schießt du denn? Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Noch 10 Sekunden. Ey, tut's mir bitte ein Gefallen, sammest die Marken, Alter. Ich bin nur dabei, Marken zu sammeln. Sehr gut. Egal, gut gespielt an euch allen. Guck, ich hab' nur Marken gesagt. Das Spiel nervt mich, anders. Ich hatte eine 5-Stimme-Abschuss-Serie. Verstehst du? Nur mit der Sniper und ich hab' die Tarnung freigeschalten, Beppo, jetzt. Ah, hast du Herz-Gold? Ja, ich glaub' ich glaub' du musst in einem Match 15 Kits machen. Ah, das könnte es sein. In einem Match, ja. Das müsste, glaub' ich, war eine Sniper auf Gold sein, wenn ich mir jetzt nicht deutsch. Ja, jetzt müsste sie dann Gold sein, wenn das geklopft hat. Nein, nein, doch nicht. Erreiche 10. Nein, nein, doch nicht. Hab' ich noch nicht frei. Warum? Hab' ich nicht. Mir fehlt noch einer. Du hast 14. Ich hab' 9 von 10, warum auch immer. Erreiche... ...X... ...10 mal ZV-Fokus. Also, Norskopf, oder? Ja, Zielverrichtung. Zielverrichtung. Wow, ganz, ganz schwierig. Er wollte echt Terminal. Apropos, Mann, Alter. Also, ich hab' meine Waffen noch nicht erstellt. Egal. Egal, fuck das. Stopp. Ja, dann ist ja auch noch Max, ja. Ich glaub', ich muss jetzt mit Sekundärwaffen spielen. Stopp. Ich hab' einen Schnapper, oder? Ja. Spiel sie richtig. Immer. Sie selbst, sie teamet. Denn ich möchte ein Karamellokin. Sie bekommen von mir ein Kindchen. Nein. Nein. Ist ja er verschenkt, die will er sich hier. Yo, die kommen alle links. Keine zu oben am Tank. Vorsicht. Ja, come on, Jungs. Ich muss mal sparen, die kleinen Antis. Die pushen übelst. Check da, in der Lele, geiler. Also. Kann doch nicht dein Ernst sein. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Ist einer im Flugzeug. Feindliche Wasserflugzeug. Da waren zwei im Flugzeug. Entschuldigt mich. Mein Führer. Das macht mich so sauer, das Game. Da ist Gott, da eine. Ich glaub, da sind unsere Lobbys, ja. Da sind unsere Lobbys, glaub ich. Geh die Level an. Stehe unter direktem Beschuss. Das sind alles Twitch-Spieler. Ja. Pass auf. Dieser rote Ding, Alter. Den kenn ich sogar. Dann ist live der eine. Ah, ihr sicher. Ich spawne und er schießt mir in den Rücken. Dieser rote Ding, der ist gut, den kann ich. Mein Lieber. Oh, come on. Das sind Portugiesen. Das sind Portugiesen. Ich bin gerade in dem einen Stream drin. Ach, das war bitte Ding. Das nächste Mal. Ich bin gerade in dem Magazin. Feindliche Kontradrohne. Feindliche Drohne vernichtet. Werde hier beschossen. Ja, der eine, das ist ein Flugzeug. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Das ist doch keine Chance. Ja, achtet mal auf das Movement von denen. Dann merkt ihr, das ist eigentlich nicht mal zu spaßen. Nee, das spielt einfach gut. Kudat sind sie gut. Die sind nicht gut, Bibi, bitte. Die sind nicht gut. Hi, Whippe. Danke für den Raid. Ja. Ich kann es dir vorstellen, dass ich noch nie mit so vielen Leuten geratet wurde. Danke, Mann. Viele Leute bekommst du. Danke, Mann. Danke für den zweiten Monat. Wie gibt's dir? Also, ich bin überfordert gerade. Danke. Die haben uns gar nicht spielen lassen, sagen wir es mal so. Ja. Die haben uns gar nicht spielen lassen. Chris, Kevin mit null Kits. Und irgendwie gerade mit Beschäftigten aus dem Team Rain zu schauen. Ich spiele auch den Zombie-Modus, ja. Ich habe den für mich in Sekt. Ich war, ich war gerade. Das war nicht meine Runde, Leute. Ich war glücklich mit ihren 14 Raids. 21. Warum musst du gerade reinkommen, wenn ich wirklich gar nichts gemacht habe? Wie war dein Stream? Was ist so gespielt? Forza? Ich habe nicht geguckt, was du heute gespielt hast. Ja. Wollten wir nicht mal spielen zusammen? Ich glaube, ich habe es vergessen. Ah, danke für den Raid, Mann. Ich bin immer noch so befordert. Wie gesagt, ich könnte es gerne mal spielen. Ich bin dabei. Danke für die Witze. Für den Bit. Die haben wir uns echt nicht spielen lassen. Nein. Aber ich habe es gleich sofort gemerkt, Alter. Das Movement von denen, das ist das Spiel, die Cosplay. Aus diesem Grund. Danke. Danke für den Raid. Wir hören uns. Komm mal den nächsten Tag auf deinen Disco-Zero. Ja. Ich bin hier. ich meine das war so die wälder meistern okay das schreibt keiner so ging ich mal davon aus weißt du nie geschrieben danke viel soll ich jetzt ausflippen oder soll ich später ausflippen im optimalfall gern die 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 gar nix zu spielen der spielte mit shotgun wir probieren ich bin nicht mit der sniper spielen ich will will ich nicht man die zwingen nicht aber dazu platziere claimer auch meine fresse ich sammle die marken gesinnen die sind nur am kämpfen die sind überhaupt kein bisschen ein bisschen direkt im beschoss da kommt eine betreibung warte bis ich mal auslasse das sind richtige gammler dieser türke einmal nach dieser türke geht mal auf den sachen macht es gut der lebt im kriegsgebiet der weiß wie das gehen ja glaub mir gar nicht schön so was grenaden lernen muss man werfen ich bin hinter die wir sind genau über uns die diese drohne die die zwingen mich echter zu diesmal aus der das also Oh mein Gott, hat er mich jetzt erschreckt. Oh, wie, der stand da am Fenster. Geht's nicht in den mittleren Gang, da kämpft einer auf dem Boden. Stehe unter direktem Beschuss! Wie du willst, Marcel? Das ist mit Marcel. Marcel fragt, ob er mitspielen kann. Ja, warum soll er noch nicht mitspielen dürfen? Lebt denn noch? Er hat mich ja nur gefragt, babe, wirst du sofort zu Agro gehen, lieber von mir? Bin noch nicht Agro. So! Werde beschossen! Renate! Gar nicht schlimm. Mein lieber Mann. Ich krieg keinen Kill, deswegen sammel ich nur, ähm, Dinger. Nun, 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 Eli. Wir sind bei, ähm, Bibi im Discord. Ich mach eh gleich Pause, weil ich hier bin. Feindlich in Rohne im Anlassgebiet. Wechsel im Magazin! Weiß gar nix. Ich check's nicht. Finde nicht zu laut? Ha! Dinger, wie viele waren da? Ja, die laufen immerhin zusammen. Mensch! Das war ja so gefütztes ganze Team. Mhm. Das macht mir keinen Spaß. Ich schwöre, die könnten da einfach auf dem Boden. Ja, come on! Ja, come on! Und wo kommt der bitte? Äh, ich hab kein Wort mehr, ich muss nur Pause machen, weil ich flipp sonst aus. Ich sehe ein Spiel! Ich gehe aus. Ich steu euch für Pause. Ich spawne mit der Gegner, steht vor mir. Ja, ich muss ne Pause machen. Ja, ich könnte ruhig weiter spielen. Ich gehe zwar an und rauche noch zuerst, bevor wir die nächste Runde starten. Die Camp wurde gemessen. Ich kann nicht alle, ich will Marcel. Du liebst ja auch noch Marcel. Marcel? Ja stimmt, ich hatte ihn letztes Mal gestummt. Marcel? Geh mal raus, Bleib bitte. Ah, da bist du ja. Ich hab's gehofft. Ich glaub ich bin auch hier rum. Nicht gut. Schmutz. 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 Verdebben wieder rein, ne? Ja. Ich bin auch hier rum. Es wird einfach nur totgepatcht, die Scheiße. Ich hab vorhin offline mal ein bisschen gespielt, also... Ja. Zeit, Müll. Ja. Salva, ich hab 3 von 15. Oh. Geil, bei dir läuft. Also bei dir hat's geklappt, bei mir gar nicht. Ja, aber weißt du, was ich geglaubt habe? Weil das, äh, dieses Problem hatte ich nämlich bei Cross Duty Mobile. Äh, ich glaube es ist, du musst die Waffe ohne Aufsätze spielen. Ich hab ja die ganze Zeit mit Aufsätzen. Ich hab's ja auf Max, also... Nee, ohne Aufsätze. Hm. Na, ich hab ja grad eben mit Aufsätze. Und da hat es bei dir gezählt? Ja, bei mir hat's gezählt. Keine Ahnung, wo, wohin es dann liegt. Was... Ich geh mal eine rauchen. Ach, Mann. Ach, Mann. Mal los, Marcel, zeigst du mit? Ja. Na, ich mach, ich muss ne Pause machen, ich spiel's sonst aus. Ja, ist gut, ich würd sonst auch erstmal nur eine rauchen. Wann kommt ne neue Battle Pass doch mal? Im Dezember. Ja, okay. Da können sich die Leute bis jetzt dort alle auf Level 50 hochballern und danach... also... Aber... Ich hab schon mal eine Erkältung mehr, ich... Du kennst kurz... Boah... Ich hab überlegt, nochmal zu streamen, aber... Aber... Irgendwer hätte ich keine Lust. Ich hab mir überlegt nochmal zu streamen, aber... außerdem habe ich gerade einen film geguckt der mich ganz schön zum nachdenken anregt ist quasi von einer der eine eigene tierschutzorganisation hat davon quasi ein film in spielfilm länge auf youtube und er hat mich halt ein bisschen zum nachdenken angeregt deswegen bin ich nicht so motiviert fürs streamen wir könnten ich auch gewohnt haben die modus spielen wie sind das so viele leute richtig ich war kurz mal drin dass man angeschaut gefällt mir gar nicht was immer noch nicht was ich da machen soll einfach nur missionen kämpfe erkundere erkunde plündere erbeute und überlebe steht da aber kannst du nur in dreier trupp machen truppgröße 3 spieler limit 24 kriegs modus kannst du 6 machen und 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 da siehst du jeden sniper ich spür dir jeder sniper aber ich glaube diese sniper und die katte wird runter genug hundert prozent die das die das gleiche gleiche banner da sollen dieser diese die 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 hat die sommer noch live wo du musst nicht gerätet war nur bot mehr und hättest du dort so mit menschen können das hat doch keinen sinn doch wenn das post sind ja und du redest die walter derjenige kriegt die box ja auch ja aber dafür ist die zuschauerzahl hoch und die gehen da geht auch die statistik ich habe ihm das auch geschrieben ich dachte nicht ich habe ihm geschrieben nächstes mal wenn du mich redest werde mich bitte mit echten mit leuten nicht mit bots ich hab keinen geschmack beim essen ich hab mich ab was ist du denn gerade sokolade aber ich schmied gar nicht südlich nichts essen ja bitte koronan ist hausebleiben das ist die scheiß arbeiten immer im regen man und wir haben mich ein level 1 ein kompletter frischling es schmeckt auf jeden fall kann man die frühstücken warte ich hol mir kurz was so ein arschlo was ich spiele gerade so lang ha es geht nicht mehr in der lobby ihr wisst ich bin level 1 kaum rein nö ja nö ich hab hier riesen schreibtisch aber trotzdem kein platz drauf nö und der nein der ist nicht möglich der ist aufgeräumt aber ich hab den scheiß maus pep nö 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 da nö 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 Wo ist Salva jetzt schon wieder spazieren? Das kann doch nicht sein. Trinken wollen, meinte er. Da ist ewig spazieren, der Kerl. Der kann doch nicht sein. Ich bin wieder da. Nicht du. Salva. Wo ist Salva? Da, der ist immer spazieren, der Typ. Ich weiß, der. Keine Ahnung, wo er wieder hin will. Ich habe bestimmt das Headset dabei. Kommt der wieder, sagt der. Ach, Ruhe. Salva, wenn du uns nicht sagst, überweist du uns 1500 Euro. Ja, ja, ja. Aber bitte jedem von uns. Ach, Ruhe. Ja, sag mal. Ich gebe niemanden Taui, Mann. Niemanden. Finanzamtpenden komplett am Arsch, Alter. 600 Euro habe ich gezahlt für den Scheiß. Kumpel. Pst, piep, pst, pst. Hey, Leute, ich gehe schnell rüber zum Kumpel. Der spielt nicht oft, also ich komme später rein. Okay. Okay. Okay, tschüss. Ciao, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Also, wir können schon sterben, nach meiner Meinung. Deine Meinung. Und was mit der Meinung der anderen? Aber apropos, ne, warte. Da war was, da musste ich meine Waffe ändern. Meine neue Panels. Okay. Hi. Ich weiß nicht, wann soll ich mit der AMR spielen? Die Frau traue ich nicht so ganz. Dann spiele ich sie nicht. Bapu, bist du motiviert beim Kavinsen einen Kader beizunähern? Was willst du machen? Ich will einen Scooter. Ich will einen Elektroscooter, Mann! Wir können. Wir suchen jetzt. Wir suchen jetzt. Ich bin froh, bist du da drüben, dass wir zusammen lehren, alle gut. Dann muss neben drei Steilber bezahlen. Mit beiden mehr spiele ich jetzt dann. Ja, ich kann bei dir jetzt erzählen. Wann kannst du so einen scheiß Scooter? Ich habe keine Idee. Das ist schon dick genervt, Mann. So, ich will keine Plastische Spiele, nur einen Scooter. Ja, wir kaufen nur Plastische Spiele für einen Scooter. Infolio. Ich muss meinen Alptofor holen. Wann ist das so gut hier? Ich fahre gerne. Du, hast schon genervt, Mann. Oh, die fühlen sich ja richtig nice an. Diese Scoff-Teile. heile ich hab mir ich hab für meinen elite controller habe ich bei gibt es so lizenzierte panels von scoff sind nicht schlecht seht ihr mal so sehen die aus ich weiß schon mal ich weiß schon mal ich weiß schon mal es gibt nie die minasch alle sprechen das mit den minaschen von mir ich hab auch arsch und dann schwarzen schmäh wie genug ich habe beides mehr als genug verbündeter überwachungshelie im anflug schwarzen 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 Sie nehmen Bravo ein. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Der Feind hat zwei Zielobjekte erobert. Sie nehmen Bravo ein. Sie nehmen Bravo ein. Sie nehmen Bravo ein. Verbündete Drohne im Einsatz. Halt so ab. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Verbündete Drohne online. Habe die alle den gleichen Skin. Zielobjekt Alpha wird gesichert. Beträumungsgranate geworben. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Verbündete Drohne im Einsatz. Wir nehmen Bravo ein. Feind sichert Charlie. Ach komm. Alle Zielobjekte gesichert. Weiter so Leute. Verdammt. Ziel doch nicht so. Beträumungsgranate. Was für eine Freude dir in die Fresse zu schießen. Digger Alter. Feind übernimmt Alpha. Nimm doch einer B ein. Das ist nicht der Schmerz. Einmal kompromittiert. Zurückerober. Ich hätte Forminable. Ja sicher. Das war definitiv. War ich drauf. Oh. Wir verlieren Charlie. Wir haben Bravo verloren. Verbündete Überwachung Feli im Einsatz. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Alle Zielobjekte sind in feindlicher Hand. Sofort für uns erobern. Zielobjekt. Da kommt eine Betäubungsgranate. Betäubungsgranate geworfen. Ja. Bravo. Fiber Strecke zum Missionsabschluss. Weitermachen. Feindverschluss. Mahnten. Files übernimmt Bravo. Zielobjekt Charlie gut gesichert. Wir haben zwei C-Objekte gesichert. Verbündetes Oben im Fenster bei C. Verbündetes Fernlenkgeschütz im Einsatz. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren Alpha. Wir haben Alpha verloren. Stehe unter direktem Beschoss. Nee, dann drehe ich mich gerade um. Wir haben eine Übel. Nein. Wir haben den übelsten Aim. Weitermachen. Wir haben einen übelsten Aim. ja komm und stirbt ja von zwei seiten wie das vergegne Die zwei sind bei C, im Haus, und damit drin ist Teil dabei. Glaub schon. Nee, schnell! Ich hab B zur Hälfte schon. Ziele am Boden! Der, du Scheiß-Drecks-Camper, Mann! Kann das sein, dass ich Teammates hab, die mein Geschütz kaputt machen? Nein, das ist erledigt. Das kann's nicht sein. Das geht nicht. Werfe eine Betäubungsgranate! Ich hab mich selbst betäubt. Ich hab' den Arsch gerettet! Ich hab' den Arsch gerettet! Charlie gesichert! Files übernimmt Alpha! Wir verlieren Alpha! Wir nehmen Bravo ein! Ich hab' den Arsch gerettet! Neee! Aber ich hab' B bekommen! Easy! Ich hab' zehn Sohnen eingenommen! Ich hab' zehn Sohnen eingenommen! Gute Arbeit! Ich bin der Sohnenmeister! Ja, 44 Kills, Alter! Ja! Ich krieg' kein Ding nicht mehr! Ähm, die täglichen Herausforderungen! Die gehen bei mir nicht mal hoch! Okay! Ja, bei euch... Hier setzt ihr noch ein Lohn mit dem Level! Bei euch geht's ja noch! Aber bei uns... Bei mir und Philipp... Ist nicht mal witzig! Der war schuld! Kleine Cheater! Ah! Big... Niemals! ... Ginger... Wann? Buским... Sof! Guck! Fort! jetzt möchte ich bild sehen von mir ich habe doch 14 gemacht hallo nur 14 was ist denn los bei dir mal reinkommen wieder kalender das war noch gemacht normalerweise immer 60 70 übertreibt einfach das ist so im hartkommen muss vielleicht ja aber hier nicht hier muss ein komplettes magazin leer schießen aber der umfeld ja 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 vor allem also so von allen seiten und allen seiten ja ich mache einfach hitmaker mit der ja genau und du fällst nicht um oder was du rückzug rückzug kommt zu dritt was er wird er dankbar scheiße doch noch gerettet ja ich hab's zu spät bekommen ja das ist gut alles gut aus nee Junge was wird denn die hier schon lange im voraus wissen wo ich hinlaufe naja können sie bitte so schnell hoch gehen ja komm er ist erledigt auf dem tank schon acht ne stellung kompromittiert den bereich sichern grenade geworfen scheiße nee beim cockpit das tut verdammt weh das weiß halt nee dann bückt der sich so schnell wir kommen von hinten er hat teilweise ein movement das ist nicht mehr schön der pc spieler die sind einfach immer on point alter wir haben mehr glück als verstand die leute das ist nicht mehr normal die unter die rechte geschossen genau ich bin ja ich bin 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 ich sehe die gegnerin von mir direkt im beschuss aber darf ich mal auf eine position ich spawne direkt vor dem gegner der mich vorhin getötet fühle ich er kann ich gar nicht nach die scherweiter genau genaue wenigstens einer im klugzeug ja noch eines offenen ja dieser phoenix an krebs ein dorschläge zu mir auf den sattel da habe ich dir wohl den arsch gerettet naja komm bestätige nächste stellung bereithalten stellung wurde verlegt zielgebiet sicher feindliche drohne im einsatzgebiet jo genau wie schnell bist du werde hier beschossen betröbungsgranate das ist pizzi spieler ja genau ja hey man da ist schwingt etwas betröbungsgranate geworfen die stellung wird verlegt bereithalten meine wache ist doch so low man da können magazin arbeiten mit den sachen werde beschossen werde beschossen verbündete drohne im einsatz stellung weder kämpft man die bereich sichern feindliche drohne im einsatzgebiet werfe eine betröbungsgranate feindbeschuss jungen jungen nach so 4 Bord der Ehe dann kommt der nächste und hier also ich fühle mich nicht mehr anders Okay. Aber ich habe die 15x1 Schusskills fertig. Sehr schön, GG. Die Ziel-Visier-Fokus-Abschlüsse sind ja die, wo ich den L3 drücken muss, oder? Wie bitte? Ziel-Visier-Fokus-Abschlüsse sind ja die, wo ich den Atem einhalten. Ja, richtig. Okay. Ich möchte gehen. Hm. Wie ist das so schön? Himmel! Was machst du? Hm. Nee. Boah, und dann hat der eine Homo-Flocke drin. Ah, oben zum Schrei. Was? Was? Nee. Oh, jo, ey. Nee. Deja. Ach. Das ist so schmutzspiel. Weil er so um. Ja, fast wackelt der Bildschirm so. Der Fall gewinnt an Boden. Drängt ihn zurück. Feindliche Drohne aktiv. Diga, es sheetet! Ey, ich... Knall ein komplettes Magazin auf dem Vogel drauf und der klatscht nicht um. Unter dem Schuss! Unter dem Schuss! Gebt jetzt Feindliche! Stopp! Feindlicher Marsch-Luckhauber im Anflug! Natürlich! Oh, genau, ey. Na pisse, du. Aber... Ja... Ich brauche das aber wohl. Oh, Mann. Oh, ich brauche das doch wohl. Granate! Granate! Weg! Leider ein neues Magazin! Betäubungsgranate! Aufpassen! Die sind so schlau, alter. Die sind so schlau. Das ist dochOh- Die sind so schlau, weh! Die sind so schlau. Ah, wir linearly feruch GO. Ja, das ist doch echt. Was hast du gemacht? Hast du geschlafen? Ich glaube, ich muss die Strategie enden, jedes mal wenn ich hier bin, alter, dann müsste ich mir mit der Pumpe rumlaufen, ja mit der Pumpe, sagen wir es bringt ja nix, perfekt zum Verpackungen, lass mich mal kurz meine Waffen machen, ja das gut, alles gut, mach du, dann muss ich abbrechen, ja, Entschuldigung, ja, genau wo die Reconzampels, muss raus, ja, habe ich. Ach, okay, dann habe ich mein erstes goldenes Sniper, die Karte los, ja, nicht mal ich, habe sie oft geholfen, ich brauche einen Abschuss, neun von zehn habe ich, ich muss dann noch acht machen, bis noch vor mir. Aber doch schon Aufsätze drauf, ja? Ja. Ja, passt. Ja, passt. neununddreißig Waffen, die du machen musst. Ja, dann bist du alle Tarnungen hast, ey, das sind nur als 100 Stück. Das ist viel und Zombie-Modus bringt dir dann gar nichts, weil im Zombie-Modus hast du seine eigenen Tarnungen. Ja. Aber du wirst ja nicht die Tarnungen von Zombie-Modus. Ja. Für den Moment reicht es mir, wenn ich mal den Kosmik habe. der Interstellar. Wobei bei Zombie finde ich die, äh, Serpentin war nun richtig geil, diese grün-goldene, ne? Oh, geht los. Nimm für dich. Bist du bereit? Ja. Okay. Okay. Hoppala. Halts halt. Halts halt. Halts halt. Halts halt. Ich möchte kein Favela. Looks einfach. Woolirt. Es weiß gar nicht. Wie簡單ить? Es weiß gar nicht. Er ist ja lustig, oder? H purg Estado, ist ihm so klar. Jochen H高gkef Higit Wann Ich habe die Sammel früher sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe so oft Atom-Monten geschafft, die Sammel. Ja, dann will ich jetzt auch eine sehen. Was von neuem? Ich dachte, das wäre Karate. Was? Das wurde wie ein Hund abgeschossen. Äh, pass auf, da ist mein Freund noch. Ich werde hier beschossen! Das stimmt mit denen nicht schon. Es gibt es doch nicht. Da holt mich einfach mit der MP. See you. Das war's. Vorsicht, das ein Gegner. Ja, du sagst, pass auf, da war ich schon tot. Das war's. Wir haben die Führung verloren. Verbündete Drohne im Einsatz. Mach's gut. Warum schießt er nicht, Mann? Man kann Nachladen nicht abbrechen, ne? Ne. So? Wie? So am Anfang zu laufen. Ja, bei mir, funktioniert nicht. Ja, mach's schlau, Mann. Dann kommt dann Schild auf. Ziele überfügt. Nö. Nö. Wir haben uns die Führung gesichert. Verbündete Drohne online. Wir haben auch einen Schatzbomb. Ja, komm. Dieser Leine neuner, da geht mir am meisten auf die Nerf. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die Führung übernommen. Der Feind ist in Führung gegangen. Feindliche Drohne aktiv. Feind verschuss. Sehr schön, Beppo. Easy. Du bist Killermaschine. Da hat man gerade mal erledigt. Beppo, wo ist denn los? Ja. Scheiße, da kommt wieder der Fichse mit dem Messer. Ich komm. Ich komm. Kein bisschen mehr dran. Funktioniert nicht. Egal. Weißt du, ich such den jetzt. Ich fick den so im Stream, Alter. Der geht so auf die Nerven. Feindliche Aerosolbomben nähern sich. Feindliche Konterdrohne zerstört. Lade nach. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne aktiv. Fasschä. du schaffst das genau ich steh genau auf meiner fresse das muss mich die ganze zeit umdrehen ja dieser scheiß scheiß fresse geht mir auch auf den sackel an Das ist auch ein Sniper, ne? Ne da um Ne Ne Der läuft halt noch Oh steht der da Z2 Feindliche Drohne offline Magazin wechsel Der Messer Jeep ist hier in der Mitte Wir werden schwer getroffen Nö der braucht Ja Das neun tschüss Das wie so ein Anker am spawn damit die schön die Seite haben Dega Grimera Ey Was kommt dir Holt sie mal bitte den Einen am spawn Verbündete Drohne online Feindliche Drohne vernichtet Mein lieber Mann Feindliche Konterdrohne offline Verbündete Drohne im Einsatz Der Beta Blade ist aber auch ein Pro mit der Sniper hab ich den Eindruck Verbündete Drohne online Betäubungsgranate geworfen Sekunden Da kommt eine Betäubungsgranate Schütze ausgeschaltet Bestätigt Verbrecht Ersicht Der Marschluhkörper gestapelt Zehn Sekunden Verbrecht 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 Im Einsatzgebiet Ja Hat die Jürgen Verbrecht Genau Dann Muss ich mal nabla die wache ist echt gut man die mts ich muss eine Pause machen, hier könntest du ruhig weiterspielen für mich ich muss eine Pause machen ich hab Gold dieser Mad Kalb der ist Engländer oder was, keine Ahnung ich bin kurz im Eck so ja ich brauche den Brecher einmal kurz ab ok schön sieht das aus so 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 Vielen Dank. 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 Nee. Hey. Die sind... Ich bin... ... 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 stehe unter direktem beschoss muss nachladen da kommt eine betäubungsgranate egal ob ich da kein hit getroffen habe oder was ich werde hier beschossen brauche medizin mein liebermann pass auf auf ihn du schießt die unter direktem beschoss also die 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 halt so stehe unter direkt im beschoss mach es gut der hat auch da was drin was sei da komplex schluck 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 Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, come on. 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 Das war's für heute. 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 And da. Vielen Dank.